Seit der plötzlichen Unterbrechung der Internetübertragung gibt es keine neuen Informationen über das Schicksal der gefangenen Soldaten. Hat eine völlige Informationssperre in Bezug auf die Verhandlungen zwischen China und den USA verhängt. Die Behörden warnen vor der Möglichkeit gezielter georgischer Desinformation durch Kommandoeinheiten. Die Möglichkeit, dass China auf irgendeine Weise in die noch immer unbestätigten Exekutionen verwickelt ist. In der Hoffnung, dass die Krise vor Ausbruch eines Krieges entschärft wird. Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Feirung zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein. Du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Feirung. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Okay, wir sind im Krieg. Jetzt werden wir erst einmal mit der Dame da reden. Näher können wir so nicht ran. Lambert hat Angst, Feirung zu verschrecken. Das wird schon klappen. Geben Sie Ihr Bestes. Ich will keinen Krieg. Wir geben immer unser Bestes. So, jetzt muss ich erst einmal das Headset lauter dran. Ich höre nämlich nichts. So, muss er passen. Und dann schauen wir mal auf unser Upset. So, wir müssen in die Botschaft und die oberste Etage infiltrieren. Verschaffen Sie sich vom Server der Botschaft, der sich im Keller befindet, Zugriff auf Feirungsarchive. Und Feirung soll man nicht töten. Aber alles andere dürfen wir töten. So, was haben wir denn an Ausrüstung dabei? Wir haben unsere flexiblen Aufblick, wir haben Granaten dabei, unsere Knarre, Kamerastörsystem und ein Haufen so Kleinkram. Taser sind natürlich immer gut. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen da eine. Wobei es da ja ziemlich hell ist. Oh oh. War nix. War nix. Doch, war schon was. Ja, geht ja schon wieder gut los. Und da sind Soldaten drin. Ja, können wir denn wir irgendwie anders aufhe? Weil da vorne ein ist ja irgendwie grad ungünstig. Wie schaut's denn da aus? Über die Dächer können wir nicht aufhe, oder? Schaut nix so aus. Aber da hätten wir ein Tier. Die sollte man vielleicht erst mal untersuchen. Aha, da ist eine Küche. Und hier sind Schritte. Ob ich sie sehen kann. Ich schau mal, da der Koch herrin ist. Was, wenn sie unterwegs detoniert? Der Oberst sagte, das geht gar nicht. Warum? Ist doch alles da. Aber noch nicht scharf. Es ist wirklich ein sehr komplexes System. Ach du Scheiße. Bewegung! Ja. Was, wenn sie unterwegs detoniert? Hey, mach das Licht wieder lang! Mach das doch selber auch. Ach so, der erwischt mich gleich. Ach so, der erwischt mich gleich. Locker. Das hat er nicht gehört. Ich glaube, wie mache ich denn das? Der Schott ist immer wieder ein. Was treibt er denn? Wer war das? Jetzt, wenn ich da rumgehe. Dann klatschen um. Gut, der Suppenkoch ist schon mal weg. Den legen wir mal wieder um. Dann warten wir zumindest schon mal in der Küche. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da sind nämlich Soldaten. Zwei Stück. Und wir müssen irgendwie da hin, ich glaube. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na, da sind... Das ist ein Klo. Hä? Ist da nicht irgendwo raufgegangen? Ach, Moment mal. Das ist aber richtig. Fischer, du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Ja, im Improvisieren ist ja nicht ganz gut, ne? Oh. Ach, da ist ja einer. Das ist aber schlecht, wenn der da ist. Wir müssen schnell irgendwo ins Dunkle. Da sollte man sicher sein. Erst einmal. Ich glaube, der schlägt dir aus. Bevor er irren Unfug treibt. So, wo lege ich denn hier hin? Darf ich auf Couch? Da ist gut, oder? Da ist es bequem. Und wir laufen einmal da hinten. Ach so, da waren wir schon mal, gell? Das ist doch die chinesische Botschaft. Aber diesmal müssen wir rein, ne? Fragt sich bloß, wo? Müssen wir jetzt hochspringen, oder bleiben wir da oben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es das jetzt zum Beispiel nicht hochfährt. Aber da drin ist eins. Kann ich da jetzt einfach runter oder voll? Nicht runter. Gut, in der Botschaft sind wir schon mal. Hm? Wie komme ich denn jetzt weiter? Ist das die Botschaft? Ach so, da unten. Wir haben eine Idee, was wir mit den Codefeldern der Türen machen können. Die durchschnittliche Temperatur in der Botschaft könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Codefeldern zu sehen. Es wäre ein Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Ja, das heißt also, wir müssen, wenn einer die Codefelder betätigt, müssen wir hier und müssen mit dem da, mit unserer Wärmebildkamera drauf schauen. Und wir fahren so den Zugangscode. Und hier herrscht wieder so eine Roboterkanone. Oberst, die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen mit den Festplatten weiter. So, wir müssen jetzt rein, ne? Ähm, ja. Kann dir mal passieren. Pass auf, jetzt sind wir da irgendwo rumgefahren. Ach, da. Das heißt, wir müssen rumspringen. Jetzt halt. Und jetzt geht's da hinten. Ist doch kaputt. Wie können Daten aus den Trümmern bergen? Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Wir mischen uns erst einmal näher, ey. Oder müssen wir? Sir, wenn wir den löschen, verlieren wir Feirungsfinanzdaten. Feirung sagte alles zerstören. Aber das könnte unsere... Alles. Er sagte alles zerstören. Verdammt. Zu spät. Sie haben Feirungsfinanzdaten. Oh, Gott wird ange... Ach so, wir müssen das also... Wir müssen die doch aufhalten. Ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Das heißt, wir müssen die drei Typen ausschütten. Um jeden Preis. Halt. Na, warum sollst du uns schon wieder singen? Idiot. Was? Ist doch kaputt. Wie können Daten aus den Trümmern bergen? Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Na, Eindringling. Gevierer. Botschaft wird angegriffen. Wähl. Eindringling. Botschaft wird angegriffen. Mal zurück. Eindringling. Ja, toll. Den trifft ihr ja nicht. Nichts. Schreibe Gegner an! Können wir denn die Granaten ums Siegwerfer? Nichts. Botschaft wird angegriffen. Ach! Nein! Botschaft wird angegriffen. Wo steckst du? Ja, Moment. Nimm mal die Granaten ums Siegwerfer hier. Ja. Jawohl. Nein! Greife Gegner an! Nimm mal die hier. Reiche Gegner! Eindringling! Ah! Ja. Jawohl. Ja, scheinbar sind die Herren kugelsicher. Also, das macht nicht fair aus, wenn man die trifft. Botschaft wird angegriffen. Das ist blöd, weil wir nicht umschießen können. Anze, geh knall an! Kannst dich nicht verstecken! Ja. Ja, ist diese blöde Stehe. ja war ein bisschen kompliziert jetzt aber wir haben es geschafft und brauchen dringend am medikit